Ich sehe eine Ortschaft. Aber frag mich nicht welche. Keine Ahnung. Ich komme jetzt gerade hier aus dem Wald raus. Muss aber irgendwo dazwischen sein. Zwischen Lister und Dumpel. Da habe ich gedacht, der Weg wäre sauber. Da sind sie hinter mir auch am Arbeiten gewesen. Verdammte Säcke. Aber mich kann nichts erschüttern. Es ist trocken. Und die Sonne scheint. Ich bin ja schon spät am Mittag. Ich muss jetzt weiter. Wechsel auf und dann mal waschen. Das ist es einstroke ist. Alles trauma ist. Vielen Dank.